Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Roborock S7 Pro Ultrasaugroboter sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Eine Station für alle Fälle Die selbstreinigende Entleerungs- und Auffüllstation ist die bisher modernste Station von Roborock und eröffnet eine Welt neuer Annehmlichkeiten für alle, die saubere Böden schätzen. Schnelles Aufladen Das Aufladen erfolgt um 30% schneller und ermöglicht eine schnellere Wiederaufnahme der Reinigung. Entlaste das Stromnetz und nutze niedrige Energiepreise, indem du deinen Staubsauger außerhalb von Spitzenzeiten auflädst. Spare Geld, während dein Roboter immer aufgeladen und einsatzbereit ist und liefere gleichzeitig deinen eigenen Beitrag zum Umweltschutz. Verbesserte Schwebebürste Eine strapazierfähige Bürste aus Vollgummi, die dem Verheddern von Haaren effektiv entgegenwirkt. Durch den mehr-ebenen Schwebemechanismus passt sie sich auch unebenen Böden an. Moppen mit Schallkraft Erlebe eine nie dagewesene Roboterwischleistung mit dem VibraRise Wischsystem, die deine Böden nicht hundert, sondern mehrere tausend Mal pro Minute wischt. Dreitausend Mal pro Minute, um genau zu sein. In Kombination mit dem konstant hohen Druck entfernt das VibraRise Wischsystem eingetrocknete Flecken um 30% effizienter als herkömmliche Roboterwischer und hinterlässt weniger Schmutz als klassische Schleudermops. Bereit sich zu erheben? Hast du Teppiche? Magst du frisch gewischte Böden? Perfekt! Intelligentes Anheben des Mops bedeutet, dass der Mop bei Erkennung eines Teppichs angehoben wird. Jetzt kannst du in einem einzigen Arbeitsgang gewischte Böden und gesaugte Teppiche herzaubern. Kein Einrichten von Sperrzonen, kein Austausch von Ersatzteilen, kein Aufwand, einfach nur Komfort. Wischen oder Saugen – ohne manuelle Interaktion Wenn du wischen möchtest, willst du sicher nicht erst nach deinem Wischtuch suchen und es montieren müssen. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den es bedeutet, die Seitenbürsten des Mops auszutauschen. Mit VibraRise bleibt dir all das erspart. Ein einziger Fingertipp auf deinem Smartphone reicht, um von Staubsaugen zu wischen und zurückzuwechseln. So oft, wie du möchtest. Saubere Bereiche sauber halten Wenn die Böden deines Wohnzimmers bereits sauber sind, aber deine Küche gewischt werden muss, möchtest du dann etwa, dass der Schmutz aus der Küche in dein Wohnzimmer getragen wird? Natürlich nicht! Mit Hilfe der Funktion VibraRise kannst du deine Küche wischen und zwar nur die Küche. Anschließend hebt der Roboter den Mop an und fährt zurück in seine Station. Dabei bleiben die Böden makellos sauber. Dein virtuelles Zuhause Ist dein Wohnbereich abgebildet, kannst du ihn mit 3D-Kartierung als dreidimensionale Ansicht betrachten und via Matrix-Karte virtuell hindurch navigieren. Erstelle dein Zuhause mit all deinen Möbeln und Bodentypen direkt in der Roborock-App. Automatisch! Sobald das Mapping abgeschlossen ist, kannst du Möbel wie Betten, Sofas, Tische und vieles mehr hinzufügen. Muss nach einem gemütlichen Frühstück rund ums Bett gereinigt werden, tippe einfach auf das Bett. Maßgeschneiderte Raumreinigung Passe die Reinigung deiner Böden an die Anforderungen eines jeden Raums an. Der S7 Pro Ultra passt sich während der Reinigung automatisch daran an. So sorgt er in der Küche mit hoher Schrubbintensität sowie maximaler Saugstärke für höchste Reinheit, während im Kinderzimmer und in den anderen Räumen im leisen Modus und ohne Wischen geputzt wird. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Es macht Geräusche, wenn es Staub transportiert. Etwas teuer, aber die Autonomie ist vorhanden. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Beim Putzen entdeckte er das Haus auf eigene Faust. Die Hundehaare sind kein Problem. Die Saugfunktion ist sehr gut. Gegenstände werden gut erkannt und umfahren. Und einfach in der Programmierung. Das war mein Testbericht zum Roborock S7 Pro Ultra Saugroboter. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!